und uli tun picknicken schön geil und er ist einsam schön wenn das peter langgraf geh her da jetzt schaukelt der schon wieder bin ich blöd kochen wusstete schön die kala tut bücher sammeln koppel führst du selbstgespräche mikey geh mal rum tut denn der der kommt von der schaukel weg hat das schon wieder zu kommen schön dürfte es wahr sein berichterstatten alvi sag mal warte ja nicht in der nähe der glatzkopf foto machen lassen warum das ist ein foto auf hirnschü dieser blöde hund der sollte bericht erstatten jetzt schaukelt er schon wieder ich werde narrisch ich könnte mal pass auf rathaus besichtigen charisma unterricht woher oder architektur karriere was wenn man in nommerung müssen häuser bauen war auch schön die lichter gehen noch da war doch irgendwo da war es gell die polizei ich schaue mir doch einen fall dann vielleicht haben sie noch was für mich könnte ja sein eileen hält karl für unhöflich um gottes willen was treibt denn der her das ist dass die er beschäftigt kochfähigkeit verbessern mit jemanden sprechen moment mit ihr da um rat bitten und es funktioniert wieder schön dieses ding und der mike hat eben sein gebiet in charisma erweitert und der rat von eileen war schön wahre freunde erstechen einen von vorn was ein kluger rat mundwasser schon wieder ja gut befragen mal kleiner bei wem eigentlich eine kostenlose massage hey herr after er nicht hinschauen nach mundwasser fragen der karl ist was hat er wegen ausgezeichneter arbeit ist er befördert worden geister in polterreise jetzt geil was ist denn da los heute vermöbeln nach natürlich die nummer der junggesell gemäßter kumpel was ist denn da eigentlich ich bin der bis offen oh gott Wo ist denn der Maiki? Achso. Du sollst ihn doch befragen. Schlung runter. Wobei. Ich hau mir erstmal den Trink rein. Und zwar ein Alienhirn. Das hab ich jetzt nötig. Das brauch ich. Oh, schau, wie der da ist. Der James Braddock. Diese harte Sau. Und der Brunst jetzt wie ein Stier, schau. Ein französisches Rätsel. Was? Reisen nach Frankreich. Warum? Leider keine Zeit für Frankreich. Später. Der Ian Bowler. Baumixer ist das. Was ist der Baumixer? Schaut ja aus wie ein Dönerverkäufer. Schaut ja aus wie ein Dönerverkäufer. Schaut ja aus wie ein Dönerverkäufer. Das ist ein Alienhirn für Maiki. Jetzt hat er. Jetzt kriegt er die Fresse von der Haut. Jetzt möchte er Fotomacher. Dieser scheiß Braddock. Kurz posen, seht das? Geht schon. Jetzt aber, oder? Jawohl, seht das. Das ist die richtige Einstellung. Seht das. Das heißt, wir können der Bella Junggeselle das Mundwasser zurückgeben. So muss das sein. Gehen wir. Was soll ich? Fünf Hotspots aufsuchen. Und wo seid die? Da schau her, schön. Geil. Weiß ich gar nicht. Allerdings, wer die kann ich mir finden, ha? Das ist die einzige Kneippen. Also Disco, gell? Die Schinderei, glaube ich, war das. Genau. Die Schinderei. Wo kann man noch feiern? Ich hätte fast gemeint, dass ich noch irgendwo sie baut hätte. Das mache ich mir so nebenher, gell? Nichts mehr da. Ja gut, das heißt, 500 Simoleons verdient. Shuffleboard-Tisch. Der würde ich gerne machen, aber ich glaube, ich kann bloß mehr, ha? Fertig mal. Oh Gott, wie schaut denn sie? Unbehaglich. Jenny. Wo seid ihr? Ich schlafe, Jill. Warum ist sie dann unbehaglich? Was hat der Quall? Logik. Ach, der tut Schachspielen? Geil. Na, tut er nicht, schön. Er schaut da raus. Level 4 der Geisterjägerkarriere erreichen. Möglich. Ein offizielles Schachtturnier gewinnen. Einen Stern entdecken. Moment, das kann man vielleicht schaffen. Galaxie absuchen. Was ist denn das für einer? Was ist eigentlich da draußen los, Jill? Was ist das da? Strölender Hund. Der pennt bei mir, oder was? Die Anne song. Möchten die? Baby, du hast dich verlaufen. Falsche Adresse. Und im Moment ruckelst, gell? Diese Sau. Weiß nicht, warum. Eigentlich hat sie Eileen drum kommen, oder? Die Butlerin. Dass du dieses Gesünder fernholt. Glückwunsch. Jetzt ist der Schwierer befördert worden. Für was wird der befördert? Der tut doch gar nicht schön. Er wird befördert für den Mixi. Bin ich blöd? Wurde befördert. Wegen all der schweren Arbeit. Was für eine schwere Arbeit. Der steht bloß da draußen und schaut in die Galaxie. Dieser Kohl hat's drauf, oder? Was für ein Bayer. Du Kröter. Was auf die Kröter. Gemein. Kämpfen. Er geht nach Hause. Ist wirklich schön. Hau ab. Das ist nicht der Bettschö. Mikey, geh raus da. Das ist das Bett von deiner Schwester. Du schläft eigentlich da drüben. Wahrscheinlich hat er sich verlaufen. Und sie schläft da rum. Ohmüdo. Oh, warte, da liegt der Willi Schü. Was bleibt denn jeder? Aus aus dem Bett. Dieses blöde Vieh. Hygiene. Oh. Irgendjemand müsse sie um. Hubertus gemeint. Oh Gott, der schreit schon wieder. Schütt, diese Kotze. Haut die mal ab. Schütt, diese Kotze. Schütt, diese Kotze. Pass auf den Speer hier unten. Ich fand es gleich in Ruhe. Oh, der ist wieder wach. Krotze, fix. Leck die. was möchten sie foto machen ach so bin ich wichtig sterne entdecken mal später erst mal für meine fenster sei ich das kurz mal pausen ok passt jetzt muss ich mal pass auf plasmus oft da geht er nur brunzen und dann geht es mit jetzt Abundin.